Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Bloodgrön. Im letzten Part, da haben wir den vierten Orngold und so den ganzen Scheiß gemacht. In diesem Part habe ich schon wieder etwas vorgespielt. Und zwar... Habe ich erstmal gelevelt. Ja, ich habe ein Tier. Ne, also ist ohne Scheiß. Ich, ähm, ja, also. Ähm, wegen der Attacke fliegen, die bekommt man bei Prismania City. Wenn man links, wo das Relaxo ist, was ich letztens gefangen habe, ist oben ein Zerschneiderbaum. Im letzten Part seht ihr das, ganz genau. Da müsst ihr nur einen kleinen Weg folgen, dann kommt ihr zum Zerschneider hin. Das ist in so einem kleinen Haus, da muss man eine Tussi ansprechen, blablabla. Wie gesagt, ich habe ein bisschen vorgespielt, da liegt das Relaxo nicht mehr. Gegen die Trainer habe ich auch schon gekämpft, wegen kleiner Trainingsmöglichkeit. Damit wir etwas im Spiel vorankommen, weil... Ich habe noch so andere Let's Plays vor, außer Blatt Grün. Deswegen werden wir mal ein bisschen hinmachen. Wuhu. Das ist gerade falsch abgebogen. Ich bin falsch abgebogen. Wuhu. Das ist doch so schön. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Ich weiß, ich habe ein bisschen zu weit vorgespielt. Lauf, 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 lauf. Aber das sind no Billige-Trainer-Kämpfe. billige Trainerkämpfe, wie gesagt. Fuchsania City. Und hier ist unser fünfter Orden. So. Äh. Ähm. Ja. Hier habe ich natürlich auch schon vorgespielt. Ha! 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 Man merkt, dass ich das Spiel durchspielen will. So. Ha! 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 Ich kippe vor allem ein Ninja Master zum Kampf heraus. Weil, wie du willst, erlebe die Welt des Schreckens, bevor ich das besiege. Und meine Schlaf- und Gift-Tacken soll ich in Verzweifeln. Oh mein Gott. Ein Knogger. Kogger meine ich. Ein Smogon. Oh mein fucking Gott. So. Body Slam. Oh, wie putzig. Ein Schlammbeetchen. Okay. Äh. 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 Pfff. Entschuldigung. Diese Arena-Leiter ist mir nur etwas zu langweilig. Oh, jetzt... Jetzt verspricht die Sache, interessant zu werden. Oh nein. Oh nein. Nicht Komprimator. Wieso muss jeder Volltrottel mit Slimer-Komprimator können? Komm schon. Ich könnte jetzt auch Gen einsetzen, aber... Naja. Das wäre jetzt in dem Fall... Nicht ohne angebracht. Komm schon. Ich könnte jetzt auch Gen einsetzen, aber... Naja. Das wäre jetzt in dem Fall... Komm schon. Du kannst so oft die Verteidigung erhöhen, wie du willst, denn... Du bist paralysiert, aber das bringt nichts. Du kannst immer noch Komprimator einsetzen. Nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komm schon. Komm schon. Schon wieder einen übertrank. Okay. Ich bin strategisch falsch vorgegangen. Falscher kann man gar nicht vorgehen gegen das Pokémon. Ja, super. Okay. Sorry. Also. Aurora-Strahl. Ja. Aquarelle. Ah, Aquarelle bringt was. Naja. Solange ich noch treffe mit Aquarelle. Nein! Nein! Es ist nicht down. Komm schon. Ja! Ein Slimehawk ist down. Ich weiß nicht, wieso ich so gefailt habe. Ich hoffe jetzt nicht, dass Slimehawk sein stärkstes Pokémon war. Oh-oh. Das gibt's doch nicht. Das war jetzt unfair. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das weiß man ja. Ich hab mir das da. Ich weiß nicht. Das war auch so. Ich weiß nicht. Das ist ein schlechtes Pokémon! Alter, ernsthaft? Kommt der mit deinen Attacken? Okay, nochmal Flügelschlag! Ah, Scheiße! Den Arena-Kampf kann ich so oder so nicht verlieren, eigentlich! Thunderblitz! Ich sagte eigentlich... Ja, ich hab gewonnen! Das war ein toller Kampf! Mit sehr viel Fels! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Aber ich mach einen ganz kurzen Schnittteil meine Pokémon und wir sehen uns dann gleich wieder! Also, was machen wir als nächstes? Genau! Als nächstes... Kommt die Safari-Zone! Ein Ort, den jeder in Gold-Silber-Kristall vermisst hat! Aber nicht in Hartgold-Silber-Silber! Hehehehe! Ich kann meine Safari-Farte-Farte-Farte! Oh! Ja! Ich hab ein bisschen zu viel Geld! Ich geb' ich zu! 30 Safari-Bälle! Huhu! Aber ich werde keine Pokémon fangen, weil ich mir zwei Sachen hier beschaffen muss. Und zwar einmal eine VL-Attack und einmal eine Basis-Seite namens Gold-Szene. Was natürlich nicht so leicht wird, weil man hat nur eine bestimmte Anzahl von Schritten. Und das erste Pokémon. Es ist ein Nidoran, weiblich. Habe ich schon gefangen. Ups. Lass mich gerade, ich fange es mit. Das ist auch so klar. Ah, hier ging es längst. Scheiße! Oh, ein wildes Nidorina! Kriege ich dich gecatcht? Natürlich nicht! Noch mal! Geht doch! Also. Hier hoch. Hier runter. Hier längs. Ich bin falsch abgebogen. Scheiße, die Schritte werden ganz schön knapp. Wer bekommt eigentlich auf die bescheuerte Idee eine VL-Attacke? Auf ganz knappe Sachen zu holen. Musik. Fig dich. Das geht noch bei mir. Sie sind marshalln. Figg dich. Oh boy. Herr Philipp. Oh boy. Sie sich neu nicht empfehlen. Okay, so wie ich gerade laufe, ist das nicht der kürzeste Weg, sondern mehr ein Umweg. So. Ich habe noch 295 Schritte. So, das ist erstmal das Basis-Item, die Gold-Szene. Doppelteam, ja, schöne Team. So, wir gehen hier rein. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das Geheimnis ausgefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Jep, wir packen vor allem 0.30 Fahrer in die Tasche, wuhu. Okay, ha, 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 ha. Ja. Mein Gott, ich mache auch mal Fehler. Tschüss, Ruk-Zuk-Keep. Ja, ich bin ein Lernte Surfer. Ich bin super erindruckt. Okay, let's mach die Schritte auf 0. Mach die Schritte auf 0. Ja, die Jagd war scheiße, wenn du mich fragst. So. Also, Leute, ähm... Das war alles, was ich in dem Part eigentlich großartig machen wollte. Ja, ein bisschen wenig, ich weiß, aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Part in Prismanga City wieder. Also, bis dahin sage ich jetzt mal tschüss. Ich bin super erinner. Vielen Dank.